Hallo, mein Name ist Henn-Ober und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nehmen wir mal wieder meine wunderbare Freundin, Grasri. Na, was sagt er? Schöne Haare oder schöne Haare hier? Vielleicht, lass los. Ja, pass hier nicht alles. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, oder des nächsten Thema, zum Gegenpark von Grasri's wunderschönen Video, was ich nicht so toll fand, weil wir ja Männer alle wissen, ja, was ich halt unsexy an Mädels finde, oder was Männer unsexy an Frauen finden, sagen wir mal so. Es gibt nichts, was an Frauen unsexy ist. So, der erste Punkt, ich sag's, ich find's schon extrem ekelhaft. Hau raus. Okay, enge Leggings, wo man durchgucken kann. Okay, aber Mädels ehrlich. Nicht okay, Mädels sind nicht ehrlich. Wer sowas anzieht, ist ja auch selbst schuld. Also man weiß ja schon beim Kauf auf die Leggings, so dünn ist, dass man den Arsch durchgucken kann. Ja, kann man nur eine Strumpfhose anziehen. Oh, die rennen ja auch mit Freundinnen rum, und so, dass die da nichts sagen, Freundinnen nennen. Warte mal, das ist echt peinlich. Weißt du, als wir am Shoppen waren, und ich dachte so, warum sagt das keiner? Ich hab wieder ganz nackte Beine, aber die hat ne Leggings an, ja. Und die hatte ne Minions-Schlüpper an. Ne Minions-Schlüpper. Hast du voll gesehen. Ich hab das gesehen. Voll ekelhaft. So richtig betrunkene Weiber sind doch einfach mal richtig unsexy. Sei doch mal wirklich ehrlich. Wenn du so die Haare schon richtig schwitzig, nass, schrummig, grün, oh, die sind mir so auf den Sack. Ey, da könnt ihr mich nur reinschlagen. Also so richtig Party, so eine richtige, oh, Karina. Du übertreibst. Wir Frauen wären richtig schön locker, wenn wir getrunken haben. Das ist ja wohl mal geil. Bei der Ehen-Sache vielleicht. Geil. Das ist geil. Aber mehr auch nicht. Der Rest ist einfach nur dumm und naiv. So. Und was ich richtig unsexy finde, an Frauen, an Weibern, an allem, sind Zigaretten. Geht gar nicht. Tut mir leid. Es geht gar nicht an Frauen. Die stinken alles, ja. Frauen stinken ja. Männer, die dürfen ja stinken. Aber Frauen, wenn die nach Kippe giechen, können das einfach nur ekel. Ha! Bäh! Sagt der, der selber schon mal geraubt hat. Ein Monat. Hast du gar nicht. Ein Monat, weil mein Hund ist gestorben. Das stört gar nicht. Hast du, mein Hund ist gestorben? So, lässt du bitte mal meine Haare runter? Ja, sei nicht so ekelhaft. So arrogant ist übrigens auch unsexy. Arroganz zu sein ist ja wohl noch richtig sexy. Nee. Wenn man sich das leisten kann. Vor allem, weil du jetzt hier in Pocahontas stimmst, wechselst du ein bisschen arrogant. Ja, aber das klingt so anders aus mit so Extensions drin. was meinen wir, Zigaretten sind doch voll ekelhaft, oder? Was ich richtig unsexy finde, bei Frauen, an Frauen, besser gesagt, sind, wenn die in High Heels nicht loven können. Hörst du denn? Ich loven einfach so klipp, 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 Alter, du lachst. Ja, deswegen hab ich keine. Ey, sieht so scheiße aus bei den Mannschaften. Oh, ich fass, wie so ne, ist ich nicht? Wie so ein Storch. Ja, man, so ein Hohlkreuz. Wie so eine Taube. Wie so eine Taube. Wie so eine Promebene oder so. Ey, das ist übelst unsexy. Also man sollte schon dran loven können. Ja, das stimmt. Ansonsten ist es einfach nur voll unerotisch. Ja. Das macht mich natürlich überhaupt nicht an, als mach ich. Also richtig ekelhaft. Tut mir leid, die bekommen schon eine Brechheit, wenn ich daran denke, wenn Frauen verschmierten Lippenstiften an der Zähne haben. Alter, ich finde das so ekelhaft. Boah, das passiert. Ernsthaft, hat mich mit passiert. Ja, ich finde das ekelhaft. Wenn ihr so lacht und so. Ich finde das voll, ne, warte. Ja, gut, das ist peinlich, aber es ist... Ich finde das unsexy. Brauchst du dich jetzt auch nicht rausgehen und dich umdrehen und durchatmen. Ich finde das unsexy. Ne, das passiert nicht. Kleiner Tipp, Mädels, wenn ihr einen roten Lippenstift habt, macht einmal und dann passiert das euch nicht. Wo wir schon mal beim Thema Haare sind, was... Wie ein Pupel zwischen den Haaren. Wann, ja, als Kopfhörer. Sobald er wie gekappt, hat er uns gehört, du blöde Kuh. Was ich richtig unerotig finde, ist, wenn die Frauen ungepflegte Haare haben. Die Blöde findet jeder Mann auch unerotig und sexy. Ungepflegt, wenn die so streusig sind und wiss ich was. Manche haben aber streusige Haare und können nichts ab streusig. Ja, sonst würde ich kurz schneiden. Das bietet ihr allen. Waschen. Du machst jetzt Frauen schlecht, die gar nichts dafür können. Warum? Weil manche einfach streusige Haare haben. Von Natur aus, das können die nichts dafür. Männer können nicht dafür, dass sie einen hässlichen Penis haben. Also bei Frauen auf jeden Fall ein No-Go meiner Meinung nach ein Darmbad. Ja, wie ist manche Haare und die will wirklich ja so, können ja nicht dafür. Aber man kann sich ihn ja rasieren auch als Frau. Oder? Ja. Wie ja? Finde ich nicht geil? Ich hoffe, ich kriege das nicht, Mann. Du denkst von Weitem, wow, fett, gerne. Oder von hinten und dann dreht sich irgendwo wirklich ein Schnauzer ein. Oh Mann. Ich finde, sowas ist ein alter, ey. Sowas finde ich als Mann wirklich sehr, sehr unerotig. Finde ich als Mann ohne mein Bart. Finde ich sehr unerotig. Dann war es dann auch okay. Der kann voll wahren. Oh, Glückunghaft. Was ich unsexy finde, ist, wenn die Frau, wenn man das Video dreht, die ganze Zeit an ihren Fingernägeln rumspielt. Die sind voll dreckig. Nee, ja, das ist übrigens auch ein Punkt, den ich sehr unerotig finde an Frauen. Wenn man fäckige Fingernägel hat. Was ich wirklich eklisch finde, also wie auch wie ich schon eklisch gesagt habe, ich würde gar nicht wissen, sind so animalte Augenbrauen, die schon aussehen. Ja. Also ich finde ja bei so einer Travestie-Show finde ich das ja ganz lustig. wie ist denn die heiße? Man kann ja sich auch glaube ich tätowieren lassen, wusstest du nicht? Nee, nee. Also es sind Leute, die so die Zeckung aussehen. Aber das ist krass, Es gibt viele Dinge, die Männer unsexy finden an Frauen. Die auch Frauen an Frauen unsexy finden. Was ich wirklich sehr unerotisch finde, kann ja sein, dass ein paar Männer drauf stehen so oder auch nicht. Aber ich bin sehr unerotisch. Sehr muskulöse Frauen. Also wirklich, wenn die richtig, also wenn die schon, wenn die schon so eine Oberarme haben. Ist das was ich meine? Nee. Die schon mehr Oberarme haben als ein Mann. Kennst du die? Ach so, ja. Aber das gibt es ja nicht so oft. Aber ich finde, ein bisschen Muskeln, besonders am Bauch, ist schön. Ja, ein bisschen ist schön. Ein bisschen ist schön. Ein bisschen Bauchspeck ist auch schön, nicht? Das ist einfach nicht, wenn man so unerotischen Muskeln hat als Frau. Wann? Ob du auch ein bisschen Bauchspeck schön findest? Ob ich Bauchspeck schön finde? Ein bisschen. Ja, nur dein. Der letzte Punkt, den ich an Frauen unsexy finde, ist, wenn Frauen sagen, dass Männer hässliche Penisse haben. Finde ich sowas von unsexy und gelogen? Das kann, nee. Das ist überhaupt gar nicht gelobt. Oh, alle Frauen haben untergestiegen, dass ein Penis unsexy und unschön ist. Und jetzt erzähl ich euch die Wahrheit über was Frauen denken über Penisse. Soll ich es dir sagen? Oh, ich würde es gerne wissen. Ihr seid bloß neidisch. Ihr seid neidisch, dass wir einen Penis haben und ihr nicht. Wir haben wenigstens was zum Rumschleudern. Okay. Okay. Oh, kennst du so Männer, die sich vor dich stellen? Ja. Und die sind richtig sexy und dann machen sie also dann wackelt der Penis so voll eklig. Ihr habt vielleicht auch was zum Rumschleudern? Ja. Ihr? Es sei denn, ihr habt da was, dann könnt ihr damit rumschleudern. Aber ihr seid einfach nur neidisch. Tut mir leid. Weil wir nicht im Stehen pissen können. Das ist das Einzige. Ansonsten habe ich keinen Bock, rumzulaufen und ständig was zwischen den Beinen zu spüren, was da nur herrscht war. Jede Frau wünscht sich einfach mal, einen Penis zu haben. In welcher Welt lebst du? Ja, komm. Du würdest dir auch einer mal wünschen, einen Penis zu haben. Komm, sei doch mal wirklich ehrlich. Das war so ein Herzlichen Penis, gebanntelst, dass du ein Bein hast. Hast du schon mal ne Männergruppe gesehen, die ne Muschi-Party macht? Hab ich nicht. Aber es gibt Frauen, die Dildo-Partys machen. Warum? Weil sie Penisse geil finden. Weil sie Dildos geil finden. Warum? Es gibt auch Dildos, die nicht aussehen wie ein Penis. Ach, soll denn das dann? Was ist denn das? Mädels, ihr findet Penisse geil und ihr nehmt uns einfach die Freude dafür. Nein. Und ihr habt recht. Hab ich recht? Nein. Also, schreibt bitte unter die Kommentare, was ihr zu meiner Meinung sagt. Ich finde, ich hab recht. Und du solltest dazu stehen, bitte, was dein Mann sagt. Ja, also bitte. Was heißt das? Ich habe recht? Nein. Nein? Okay, ich hab nicht recht. Penis ist anscheinend immer noch hässlich, obwohl ich recht habe mit meiner These. Ja, Gott, ich nur danken für alles und sagen einfach nur, bis bald. Ich mache jetzt die Kamera aus. Ich esse jetzt Schrimps rein. Wie gelhaft, ey. Schrimps schmecken wie Muschi. Kli.